so da sind wir wieder in einer fulminanten ich hab kein bock mehr egal der ritter der ritter der ritter erschlägt das monster auf jeden fall ich will nicht zu blizzard man dry battery was ability unknown danke wo geht es hier lang nirgends warum ist ein centauer land wasser japan was hat sich elektrischer aufgeladen pelikane was pelikane die fliegel ich bin doch pass auf also gehen wir durch geh ins wasser warte ab sooo mach es lieber für dich ich mach es lieber entspannt entspannt alter der wirft fisch warum wirft der fisch das spiel punktet gerade wieder ey mit irrsinn ja auf jeden fall mit japanischen schwastigungen oh man oh man ey alter geh doch hoch man hat er den energietank droppen lassen ja schon ja fecker ey fecker 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 so war das geplant fecker fecker alter nein chat hallo du hast jemand für dich oder unter wasser geht glaub ich nicht laber nicht was schlaberst du alter du sollst nicht so dumm labern ooo behindert ne feck am arsch funktioniert nicht ach wie hoch man da mitkommt ja guck dir mal wie viele das sind ich mach das lieber ohne ohne power von vorne wie viel leben hab ich zwei ziehst du ich zieh ihn durch ey pelikan jetzt wirds wirklich irgendwie absurd jetzt wird cool jetzt fängt grad einen wieder spaß zu machen weil es absurd ist oder ja ja ist das so obwegig ja eigentlich schon alter stirb einfach danke man muss für alles dankbar sein danke man muss für alles sagen jetzt kommt wieder unter franken spruch oder was ey für ober und mittelfranken die mit ihren franken ich versteh es nicht alter aber gut die sind vermutlich wie pinneberger ne was ist das ding pinneberger hamburgerspasten ja so ungefähr ist das wahrscheinlich auch so kann ich nicht bezeugen aber ich denke ja ich denke ja ne dicker wieso dicker das heißt dicker alter ey das ist so knapp kalkuliert hau ich in dein maul benutzt chat das bringt nichts das ist unkontrolliert dann kannst du mal wenn du fliegst wenigstens noch ein bisschen nach links lenken aber es ist unkontrolliert ja und deine regel ist auch unkontrolliert ich hab keine regel glaubst du die ist ausgeblieben hans was heißt das für dich für linder für mich sagst du hoff ich schmeißt den vergammelten fisch durch die gegend ey tja manche Leute wollen den halt wenn er mich oben noch geholt hat lächerlich lass mich von Fisch töten das geht pau pau süßer es ist gleich geskippt die halte mit chat kommt wieder viel weiter was war das denn philipp was ist er dann musst du nicht so hochspielen dann kannst du auch un bisschen korrigieren in der höhle das ist doch gut ey ich hab nur angehaucht das ist so k...ch hasse so ne... Unter Wasser mit... Nee, ich töte mich jetzt, ey. Ich hab nur Leben. Ja, überleg mal, was das für eine Kacke... Ganz ehrlich, warum krieg ich wieder die Spike-Pisse? Ich weiß nicht mehr. Bis zur Endlichkeit, ey. Und viel, viel weiter. Stage-Tilett natürlich. Warum ist Centaur Wasser? Ja, der auch noch. Warum nicht? Aggression kommt langsam, merkst du was? Hey, was hast du immer das? Die Abneigung steigt. Ich hab schon... ...Gidugaufneidigung. Meine sinkt eher. Ich kann nicht mehr. Du kriegst wieder Spaß dadurch, dass ich mich ärger. Ich kenn dich. Du bist ein Sadistenschwein. Das mag ich schon an dir. Ist doch noch, oder? Wenn ich Leute hasse. Ja, natürlich. Erstmal den Fisch töten, ey. Was bin ich hier für einer? Ich töte Fische. Ja, und? Du magst ja kein Fisch, scheiße. Stimmt. Seems legit. Würde ich jetzt auch sagen. So. So. Jetzt mal ein bisschen mit... ...n bisschen mehr... ...non... ...continence. Und nonchalance. Was? Egal. Hitler. Hitler. Sind wir alle zufrieden. Glaub ich. Pff. Was? Nachbrenner, ey. Das klingt wie ein Bunsenbrenner, ey. Afterburner. Da burnt dein After. Schaff's bitte mal. Schaff's bitte mal. Ja. Sag sowas nicht. Du darfst nicht so hoch springen. Ich spring nicht so hoch. Das ist mit dem Controller schwer zu kontrollieren, das zu dosieren. Laber nicht. Laber nicht. Ich laber nicht. Willst du das machen? Ne. Also. Laber nicht. Laber nicht. Labern. Ne, mach nicht labern. Ne, laber nicht. Was soll denn die droppen, ey. Ihre Seele. Ja. Und. Hast du es? Leid dir richtig. Ich hasse dich grad dafür. Du musst es die ganze Zeit spielen, also. Lebe damit. Willst du rüberfliegen, oder was? Na ja, ich wollte mal gucken, was da ist. Ist ja okay. Die Hünderschützung, weil die ganze Schill gegen die Decke bleibt. Immer wieder schön in die Kamera glotzen. Du musst auch mal sagen. Für die Fans. Hina. Mein Sohn. Ich bin nicht dein Sohn, Bruder. Lieber? Gerd, lieber rüber und... Ja. Jetzt fragst du eh. Größerer Sprung konnte ich nicht machen wegen der Kante. Ich weiß. Das ist scheiße. Du darfst die Fische nicht töten, sondern musst da durch. Und die... Was? Die Vermutbarkeitszeiten musst du nutzen, damit du durchkommst. Okay. Verstehst? Du musst die Fische zu deinen Vorteilen nutzen. Du musst sie manipulieren. Dass sie nicht genau den Gegenteil von dem Zweck dienen. Nicht töten, sondern dich weiterbringen. Verstehst? Und geht in Psychologie. Du willst mir was von Psychologie erkennen, oder? Natürlich. Da hab ich ja keine Ahnung von. Wie ist es? Tine Hitler, die Psychologe, ne? Nein, da geht's immer noch nicht hoch. Ich wollte nur den Pelikan ausweichen. Ja. Eigentlich wollte ich ihn. Eigentlich wollte ich ihn. Du wolltest ihn hochfahren. Bis zum... Nein. Für die Kamera. Für die Kamera. Gott sieht alles. YouTube meinst du? Ist das Gleiche? Ja. Wollte ich gerade sagen. Das Gleiche ist gleichgestellt. Hitler. Ich stell mich hier ein bisschen blöd an. Das geb ich zu wieviel Leben hab ich eigentlich noch. Oh, Null. Geil. Super mein Freund. Ganz toll. Geh denn. Ja, lass dich hitten und geh durch. Genau. Jetzt wieder... Ja, damit ich mit Null leben und wenig Energie da ankomme. Ja, lieber kommst mit Null und wenig an wie gar nicht. Wie viel kommt denn da noch? Eine Ahnung. Wahrscheinlich so wie die, wie die Plants, Dave. Die war auch so lang. Ja, aber die war nicht so schlimm. Kann ich hier irgendwo hoch? Ich komm mal irgendwo abkürzen, Alter. 100 pro. Ja, der einzige Schlimitteil war auch bisher nur das. Das war aber auch abartig, ey. Das war nicht nur schlimm. Ja, sonst ist es aber nicht schlimm. Ja, geil, ey. Das gibt nicht mal Sinn. Was bist du für eine? Einfach mal skippen. Ich könnte ja was droppen. Super Idee. Ich flieg um dein scheiß Leben. Ja, jetzt auf einmal. Lass dich... Ich hab's ausprobiert, Mann. Ja. Puh. Alter. Ja, der kann nicht mehr... Ich hab vergessen, dass er nicht sliden kann. Ich hab's gemerkt. Lass deinen Schuss an. Und trifft. Wie sie explodieren. Die fetzen richtig weg, ey. Ich muss mich konzentrieren. Was kommt hier, was kommt hier? Okay, gib mir Lebensenergie. Ja. Oder ein Leben. Ich will diesmal ein Leben. Ja, leben wäre fast besser. Ich will ein Leben. Jetzt einmal ausprobieren und dann... Ja, genau. Was ist so asozial? Pissetränker, gib mir was ich will! Pissetränker... Asiatel... Nein... Wieso, ich könnte doch jetzt ihn machen und dann... Und dann die ganze Zeit schon mal wieder tausmal verrecken? Ne, ich könnte mich dann wieder aufladen, ihn ausprobieren, dann wieder hochziehen. Das ist schon wirst. Dann hat sie dann wieder der Energietang gut anliegen. Stimmt, später! Mach mal was für die Kamera, Hans. Für die Ladies, eigentlich. Uuh, ist Magic! Sauber! Alter, MAN! Gib mir mein Leben! Danke! Gib mir mein Leben, ist die Sonne! So Menschenhandler, das gibt mir mein Leben! Django, weißt du? Okay, was kommt hier? Okay, hier kommt Wasser, das heißt auf jeden Fall Jet! Weich, ey! U-Boote! Fliegende! Hi, U-Boote! Was machen die? Schießen! Wie du dich träumen lässt! Oh Mann, oh Mann! Was war das für ein Bruchpilot? Ach so! Ach so ist das hier, ja? Diese Geschichte! Nein! Du Lacke, du Elende! Das war Skill, Alter! Das war echt! Okay! Na, ne? Neid! Ne! Ich guck erst mal! Schau dich was in Patternan! Ist natürlich eh wie sie sich in, du wirst gleich sterben! Okay, 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 was machst du? Okay, Centaur-Mann! Mit Titten! Der hat Titten, der BH! Der rennt einfach rum. Und dann sch... Ist aber nicht so schlimm. Wenn du Distanz hast... Wie soll ich ihn rüberkommen? Nur mit Fliegen, ne? Was war gegen ihn gut? Ritter meinst du, ne? Ja, probieren wir uns halt mal raus. Silver Tees Ritter, ne? Neid. Neid! Neid! Tees Tomahawk, man. Ja, ich... Entschuldige, ich bin ein bisschen raus. Schande über dich. Und deine Familie. Okay, Ritter. Komm mit mir. Oh, aber... Ne, ist es nicht. Hallo? Bist du behindert? Ist es nicht, oder? Macht er kein Damage. Ey, du, du... Das ist wieder... Das deckt nicht. Du musst dir ein bisschen Zeit lassen, ja. Aber die ist es. Wo ist er? Der kann sich teleportieren! Ist es nicht. Nein, ist es nicht. Sorry! Nein, nein. Auch ich irre ich mal! Nein, nein, ist es nicht. Ist es nicht. Aber meine Logik war wieder unfehlbar. Du wirst einmal so viel schauen, ist es nicht. Meine Logik ist unfehlbar. Der Pferdemann, der über Teleportation und Wasser gebietet, wissen wir jetzt. Fleisch, Alter, ist mal Fleisch. Und BT-Parts, Alter. Zentauren haben die Macht über die Zeit, meine Damen und Herren. Da muss man... Weiß man ja. Natürlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann ist Spasti dran. Wir sind getrensivos. Tschüss zusammen. Schau mal. Grazie an! Ich liebe euch.